Bombastisch, also richtig geiles Feeling gehabt, also ging richtig gut ab. Wir sind für Werte zuständig, also wir transportieren Werte, lagern noch Werte. Unter anderem Ordnung von Fahrzeugen ist bei uns wichtig, dann auch, wie gesagt, die Auftragsübermittlung und diese gesamte Planung, die da im Hintergrund steckt. Dass man bei den einzelnen Mitarbeitern auch die Entwicklung sehen konnte, wie verbessern sie sich auch alleine schon, weil das Ziel dahinter ja auch irgendwo der Sieg stand und das war das Entscheidende. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.